ähm meine halt meine halt bei mir ist irgendein zeichen da oben scheiß schatten alter das sieht aus wie so ein smiley haben wir es dann benedikt aufnahme stoppen ob wir es schließen folge 19 löschen was ach so ob wir es wieder starten ich kann nicht mal brot essen in diesem spiel ohne dass es lagte rote brote 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 ich brauche eins kiste habe ich nicht ich wollte gerade sagen gut dass man das in der facecam sieht aber das hat keinen sinn ergeben aber wir sind ja hier technische säure da gibt doch echt nicht so viel sinn christoph groff accelerator christoph groff accelerator ich nehme gerade auf ne ja weil dragonfly hier irgendwelche namen nennt aufnahme tomaten sack schwanz schwanz ja folge 19 family friendly wo habe ich mein knochen zeugs hingeschmeißt da ich will jetzt ach scheiße das hat ja wirklich mal energie das machen die doch mit absicht so ärzte die irgendwie glowy sind wie diaz und dann ist man voll triggert weil es keine sind ja das machen die mit absicht und dann fängt man an die mod zu hassen weil die so triggert und nicht nichts ist so schlimm wie tech reporn fuck fuck tech reporn ich schaufel mich mal mit der schaufel voran weil ich keine spitzhacke habe aber ich will hier nicht nennen kann ich den umstellen in den kreis ne das ist zu wenig ne linie x ist auch zu wenig ich merke gerade dass bei chunk loader zu klein ist weil er da hinten nicht an das feld rankommt weil er viel zu scheiße kann ich den nicht ein little bit umsetzing und zwar nach da show lasers packt er das hier hinten noch der war nur ganz knapp aber nur ganz knapp schafft er das da hinten ja wir sind aber auch erst bei folge 19 schafft er das jetzt auch nicht wirklich wenn er hier steht schafft er das alter das ist doch nicht spaßig hier blöd kack pimmelscheiße hier family friendly alter will mich das verarschen warum warum macht er eigentlich diesen komischen square immer mit einem grünen strich in der mitte und nicht da wo der scheiß blöde punkt ist von dem ich setze den jetzt mitten auf das feld weil mich es ankotzt wie scheiße der funktioniert dieser blöde das ist tatsächlich richtig kann ich jetzt schlafen können Oh Gott Wir werden wieder keinen machen Letztes hatten wir auch keinen Oh ja, lass den einfach nur mit dem Steinschwert killen Ja, aber fliegen dürfen wir So, wer liegt jetzt nicht im Bett Okay Keine Angst, er hat die Welt gesaved Ähm, jetzt brauche ich ein Eine Foto Voltaic Cell Mit Silikon Ja, aber ich muss ja Weil ich ja so ein Öko bin Und meine Tomaten in dem Dings da angefuckt Alter, jetzt verrecke ich hier erstmal Natürlich Ich baue Atombomben Im Leuchtturm mit Ach so, ne Wäre ja blöd, wenn wir Atom für was Gutes nutzen würden Ja So Ich geh jetzt in den Neter Ich hätte das jetzt gerade tatsächlich effektiver machen können Aber ich mach's wie sonst auch immer Scheiße uneffektiv Wie in technische Säure so üblich Legs Legs Wo ist der Spawn hin Wer hat den eigentlich da oben gebaut Welcher Idiot Du Ah Danke Wir haben übrigens das Lime Insel, das weißt du Ja, das weiß ich Ich will irgendwann Wir machen das noch, dass wir irgendwann mal da hochfliegen Und dann MLG runter machen Alter, wir hatten dieses komische DOS da hinten gebaut Richtung deine, deine Quarry Über dem Mountain-Diobiom Ich weiß, das ist doch falsch, von wem war's Echt? Von wem war's falsch? Ich hab keine Dias-Mantas gefunden Aber ein Creeper Fuck Oh Gott, da war ein Chunk-Loss Das haben Chunk-Löcher so an sich Echt? Bei deiner Quarry? Nein, nicht bei meiner Quarry, aber über den Berg Und ich bin grad zurück Ja, aber das muss ja nicht weg Warum sollte das weggemacht worden sein? Oh, Kohle, Kohle Schön, wir können ja mal erzählen Wir hatten vor zwei Folgen Ein kleines Problem mit Le Cerber Und weil die von Nitrado ja so toll sind Die sind eigentlich echt nett von Nitrado Die haben nämlich die Möglichkeit Nachdem sie ihren Scheiß-Server so verkacken Ihn mit einem Chunk-Fix acht Stunden lang zu reparieren Den man dann abschmieren lässt Und den Server starten, der auf einmal wieder funktioniert So war das doch, oder? Ja, so einfach So, und nicht anders Ähm Ja, der Server funktioniert jetzt wieder Großer Zombie Große Nase Zwei große Zombies Sehr Zwei große Zombies, hallo Sehr große Nase Haben wir die auch irgendwo Diamanten? Warum kommen die alle da? Halt! Nein! Ich hab eine Höhle gefunden Meine Damen sind hier Nein! Moment, jetzt muss man kurz was essen So, ich hab jetzt Quarz Oh, ich wollt grad einen MLG Water Amneter machen Quarz! Wie gut, dass ich einen MLG Lava gemacht hab Kappa Kappa Kappa, 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 Kappa Mein Kopf, kratzt! What the fuck? Fuck Was war das, Alter? Was? Das ist ein Creeper, der Instant explodiert Gerade hier Creeper, der Instant explodiert? Es gibt Creeper, die Instant explodieren? Ja Echt? Ja, nicht Instant Die sind dann halt Und diese Aim-Bots Alter, die sind aber echt ätzend, Alter Die treffen jeden Scheiß Die haben nicht mal einen Bogen in der Hand Und die treffen dich Hä? Die, die auf den Zusprinten Nicht pisten Nö Die haben einfach keinen Bogen in der Hand Aber die können dich trotzdem abschießen Ergibt keinen Okay I Die Wir wollen nicht wissen, wie die das hinten anstellen Nein, 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 nein Nein wollen wir nicht Family friendly Schwarz Doch Er war gerade eine Strömung und ein Creeper Und die Strömung hat mich in den Creeper reingeströmen Geil So Drei Fettes, hartes Glas brauche ich hier Oder Fused-Fick-Glas War das gerade dein Ernst? Nein, mein Detlef Silicon Wahrscheinlich ist das auch noch bei dir So nen geilen Chunkloch Alter, ich brauche jetzt ne Schaufel Und jetzt hole ich mir einfach meine geile Schnalle Es wurde nichts gefixt Wir wissen nicht, was gefixt wurde Der Server wurde nur gefickt Und dann war irgendwas wieder in Ordnung danach Wir haben keine Ahnung, woran es liegt Alter Ich brauche hier Sachen ab Und dann kommt ein Creeper und sprengt das, was hier rumliegt gerade Und das sollte ich eigentlich einsammeln Doch Sand Geiler, dreckiger, verurter Sand Family, friendly Leute, was macht ihr denn gerade so Schönes? Meiner ME-System Wie läuft denn dein ME-System so? Ein Enderman Zwei Endermans Ich muss erstmal regenerieren Bis der Enderman kommt Regionalieren Genau Du geile Sau Der hat eine Enderperle hier droppt Was ein geiler Drop Richtig geiler Drop Richtig geiler Klau Ja, ich weiß Ich könnte das Schild holen Aber ich bin zu faul Was Patrick nachher mit meinem Fahrrad machen wird Drauf reiten Korrekt Ich bin in einem Mineshaft Äh Der rettet mich den Arsch, weil ich jetzt Holz habe Finde ich dort total 64% sind meine Seeds gewachsen Geil Aber ich brauche den Seeds von der Mette Der ist geil Könnte man öfters benutzen So, der zweite Enderlan Der zweite Enderlan hat nichts geguckt Enderlan Schüscherlan So, Energetic Aloy war Genau Habe ich mir doch glatt gedacht, dass das so war Ein Glofstone Special Glof Accelerator Wo habe ich mein Gold hingeschmeißt? Ah, da Hier verreckt gerade ein Enderman in der Pfand Wo? Ich will die Enderperle haben Ah ne, der steht hier Der ist noch nicht gestorben Jetzt hat er es nicht gefordert Ah Vom Socken wir alle nix So, jetzt brauche ich noch dieses komische Zeugs da Dieses Electrical Steel Und zwar eins wahrscheinlich noch Genau Und dafür brauche ich Kohle Haben wir gelernt Wer diese Folge angucken will Ich würde da jetzt irgendwie Da, 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 da oben Äh, also anderer Seite da oben hinzeigen Aber ich bin zu faul Das Ganze machen Meine Nase juckt Es lag und alles ist kack Alles ist K-A-A-A K-A-A-A-A-A-A-ke Temok Das ist tatsächlich richtig Oh Ich hätte einfach, ich muss einfach nur irgendwelche Sachen hier aus dieser Folge nehmen, dann habe ich schon einen Sparta-Remix. Sparta-Remix. Und rein damit. Morgen gucke ich eigentlich... Oh, wir müssen noch Tickets kaufen. Und rein damit. Alter. Ja, machen wir das jetzt echt? Ja. Dieses Jahr noch am besten. Klar, wenn dann dieses Jahr. Warum hat der jetzt... Warum habe ich drei Energetic-Aloy gemacht? Ich habe gar nicht drei gebraucht. Gib mir drei ab. Ich brauche aber zwei. Energetic-Aloy braucht man immer. So, jetzt schiebe ich hier noch ein Kabel. Einen richtig geilen Kabelklau. Nein, nein, nein. Nicht ins Wasser, nicht in die Lava, meine Frau. Oh nein. Ähm. Wo kamen nochmal die Items bei dem Thorsten Havelner? Raus oben oder hinten? Bei dem Loch. Also hinten. Oder vorne, je nachdem. Also manche Leute wissen einfach nicht, wo vorne und hinten ist. Ihh. Ich will das bei dir gar nicht wissen. Fuck! Oh, ich hasse das Ding, Alter. Heißt ja, immer wenn du fuck sagst, krieg ich so einen Drang... ...den ich zurückhalten muss. Family friendly. Nein, nicht das. Nicht sehen, nicht das. Scheiße! Schöneres. Yee. Nein, nicht das. Och Gott, Alter. Hasse ich diesen Thorsten Harvest da gerade. Weißt du warum? Und dieses scheiß Hobo-Flugzeug, was da draußen gerade langfliegt. Können schlafen gehen, Leute. Ja, geht mal schlafen. Ich mag ja Flugzeuge, aber das regt mich gerade auf. Ne, das ist... Oh, das ist immer wieder ein N***-Kopter. Scheiße, wird er irgendwie umgekippt. Ich hab... Alter, verdammte Scheiße! Weißt du, das regt mich auf. Er nicht eine Tomate anpflanzt, ja? Und normalerweise ist es ja so, wenn du Tomaten rechts klickst, holt er sich ja nur die Tomate raus, aber pflanzt dann... Aber die bleibt dann ja gepflanzt, ne? Versteht er ja. Bei dem Thorsten Harvest da... Schweißt er... Zieht er die komplette Scheißpflanze aus dem Boden. Und pflanzt keine neu. Da brauchst du einen Thorsten Plänter für. Ich will aber hier keinen Thorsten Plänter machen. Warum nicht? Weil der mich aufregt. Ah! B! Kraftenkamera. Oh, ich nur leise in meiner Folge sehen, wie ich scharfe Sachen esse und daran sterbe. Ja! Oh! Der wird ja ganz wuschig bei. Dafür würde ich Geld ausgeben. Nein, eigentlich nicht. Lass das mal machen. Scharfe Sachen kaufen. So, schiebt der jetzt wieder... Der schiebt schon wieder die ganze Pflanze in den Arsch! Oh! Mann, ey! Mein Nacken tut weh! Ich sitze hier wie so ein... ...Querfchnittsgelähmter. Oh, wann ist die Folge zu Ende? Drei Minuten. Wir haben ziemlich viel Feuer aufgenommen. Warum? Ich würde sagen, wir überziehen heute. Aha. Ja. Mann! Tschönen. Fuck. Alter, mich regt das jetzt auf hier. Ich will das nicht, dass das so scheiße ist. Krafte mir mal eine Spitzsacke. Gibt es hier noch andere Farmer? Boah. Eisen. Farming Station. Es gibt eine Farming Station von Ender. Heieieiei, ist die teuer. Heieiei, ist die teuer. Was ist denn das bei Ender? Kennt mich gar nicht. Oh. Du heilige Schleifel. Eteritis, Alter. Was frisst du eigentlich gerade? Ich will hier keinen Planter bauen, Alter. Das regt mich dann immer auf. Boah, ich hab Hunger, Alter. Ich nicht mehr. Aber ich. Ich hole mir gleich wieder Eis, weil ich so gesund lebe. Oh, Eis wäre zu geil. Oh, das ist doch so scharf. Extra für dich, Benelith. Extra für dich. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Folge Welten. Es ist nämlich 20 Minuten Uhr. Ne, 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 ne. Wart noch kurz. Ähm. Wie mache ich das jetzt? Und wahrscheinlich wieder ein Hitze sterbe. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.